Herzlich willkommen zu unserem letzten Video zum Thema kompetenzorientiert lehren und prüfen. Hier schauen wir uns an, wie Sie Kriterien zur Auswertung von Prüfungsleistungen festlegen. Aus den vorigen Videos wissen Sie, warum Constructive Alignment sinnvoll ist und wie Sie lernförderliche Ziele formulieren, mittels derer Sie Ihre Expertise in anspruchsvolle Lernsettings umsetzen können. Sie orientieren sich bei Ihren Prüfungsaufgaben an den Gütekriterien und sorgen dafür, dass aufeinander aufbauende Lernräume in Kombination mit Feedback aktivierend wirken und eine passgenaue Methodenauswahl ermöglichen. Nun geht es um die Noten. Ein Thema, zu dem sowohl Ihre Studierenden als auch Sie sicherlich viele persönliche Erfahrungen im Kopf haben. Und einige nicht so schöne sind wahrscheinlich auch dabei. Wie oft fanden Sie Noten unfair? Oder konnten sich nicht erklären, wie es zu einer Note gekommen war? Wie oft hat die Sorge, keine gute Note zu erhalten, Ihr Lernverhalten gesteuert und gehören Sie zu denjenigen, die Prüfungsangst kennen? Eigentlich, sollte man meinen, sind Noten nichts Schlimmes. Sie sollen etwas messbar machen, damit auch Personen, die den Lernprozess selbst nicht beobachten konnten, eine Einschätzung über die Leistungsfähigkeit der Prüflinge vornehmen können. Noten sind also Abstraktionen. Komplexe Sachlagen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, in bestimmten Situationen angemessen zu handeln, werden komprimiert auf eine Zahl. Eine Qualität wird also quantifiziert. Es handelt sich gleichsam um eine Art Umrechnungsprozess. Verläuft diese Umrechnung so, dass keine wichtigen Aspekte übersehen oder verzerrt werden, dann gilt die Note als objektiv, aussagekräftig und fair. Der Maßstab für diese Umrechnung hängt von den Zielen der Prüfung und der Aufgabe der Note ab. Der Kohortenbezug zum Beispiel ermöglicht es, Leistungsfähigkeit im Vergleich zu anderen Personen derselben Kohorte zu messen. Zwischen vielen sehr leistungsstarken Personen kann also eine durchschnittliche Leistung besonders schwach wirken und umgekehrt. Und genau das ist der Nachteil. Sobald die bisherige Kohorte keine Rolle mehr spielt, der eigentliche Vergleichsmaßstab also wegfällt, zum Beispiel beim Übergang von der Hochschule in die Arbeitswelt, sagt die Note über das, was sie messen sollte, nicht mehr viel aus. Wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht, sollte der Entwicklungsbezug im Vordergrund stehen. Bildungspioniere zum Beispiel, in deren Familien bisher niemand studiert hat, stoßen an der Hochschule auf mehr Hürden als Personen mit akademischeren Startbedingungen. Ist das nicht ungerecht? Sollte man nicht anerkennen, wie viel mehr die Bildungspioniere investieren müssen, um eine gute Note zu bekommen? Für eine solche Benotung bräuchte es allerdings eine objektive Eingangsdiagnostik zu Beginn des Lernprozesses und eine objektive Einschätzung der Schwierigkeiten bei der Biografie. Beides wird aufgrund der diagnostischen Schwierigkeiten an Hochschulen nicht möglich sein. Deswegen bleibt als einzig sinnvoller Maßstab der Kriterienbezug. Kriterien sind auf die zu erbringende Leistung bezogen, nicht auf Vergleichsgruppen oder Vergleichslernstände. Und vor allem, nur anhand von fachbezogenen Kriterien können sie Aussagen machen, denen Wissenschaftlichkeit und Profession zugrunde liegen. Kriterien sind die Antwort auf die Frage, was müssen Studierende leisten, damit sie die Note 1 bekommen. Das führt zu der interessanten Frage, was müssen Studierende mindestens leisten, um die Note 4 zu bekommen. Und letztlich auch zu der Überlegung, was Studierende mit der Note 5 nicht getan haben. Wie kann es also gelingen, Kriterien so zu formulieren, dass diese verschiedenen Leistungsniveaus für alle nachvollziehbar beschrieben werden und damit eine lernförderliche Wirkung entfalten können. Eine sehr weit verbreitete Notenskala ist diese hier. Im gesamten deutschen Bildungssystem wird sie verwendet. Auch Prozentränge oder die lateinischen Bezeichnungen für Promotionen sind allgemein bekannt. Allerdings fehlt in Tabellen wie dieser ein wichtiger Schritt. Die Beschreibung der einzelnen Notenwerte enthält gerade keine Information darüber, wie von Qualität in Quantität umgerechnet wurde. Denn was heißt in besonderem Maße? Woran erkennt man ein solch besonderes Maß? Und ist nicht besonders eigentlich ein Begriff, der nach Kohortenbezug klingt? Worauf bezieht sich besonders? All diese Bezeichnungen bewerten, ohne ihre Maßstäbe offen zu legen. Sie sind daher möglicherweise für Expertinnen und Experten aussagekräftig, weil diese über so viel Erfahrung mit möglichen Leistungen verfügen, dass sie schnell und intuitiv eine solche Bewertung vornehmen können. Erinnern Sie sich noch an unsere Definition von Expertise aus dem Video zum Thema Constructive Alignment, Was hinter Formulierungen wie in besonderem Maße steckt, ist eben dieses komplexe, implizite Wissen. Für Novizinnen und Novizen, die gerade erst in ein Fachgebiet einsteigen, sind solche Informationen nicht hilfreich. Woher sollen sie wissen, wann eine Leistung besonders ist? Oder wann sie 90 Prozent bekommen? Die Zahlen wirken objektiv und eindeutig. Klar, 90 Prozent sind schon sehr gut. Aber was sich qualitativ und konkret dahinter verbirgt, bleibt unklar. Wie Sie konkrete Kriterien zu Ihrem Learning Outcome formulieren können, schauen wir uns anhand unseres Beispieles nochmal an. Es geht darum, dass die Studierenden als Prüfungsleistung ein Sicherheitskonzept für ein konkretes Gebäude erstellen sollen. Damit zielt diese Lehrveranstaltung auf die Taxonomiestufe 5, das Synthetisieren. Wesentlich für diese hohe Stufe ist, dass die Studierenden in der Lage sind, ganz verschiedene Womits gegeneinander abzuwägen, weil alle drei gleichermaßen wichtig sind und keines einfach weggelassen werden darf, so wie das eventuell geschehen würde, wenn man für eine Auswendig-Lernklausur auf Lücke lernen würde. Also ergibt sich aus dem Was im Learning Outcome folgende Prüfungsaufgabe. Erstellen Sie ein Sicherheitskonzept für diese Schule. Und es stellt sich die Frage, woran Sie welches Leistungsniveau festmachen würden. Bewertungen ohne transparente Maßstäbe würden zum Beispiel so klingen. Ein ausführliches Sicherheitskonzept, das die Womits vollständig berücksichtigt hat und dessen Darstellung angemessen ist. Da sind sie wieder, die Bewertungen, die den Umrechnungsprozess von Qualität in Quantität verbergen. Hier brauchen wir einen kurzen Einschub. Nicht immer verbergen die Bewertungen nämlich den Umrechnungsprozess. Auf den niedrigen Taxonomiestufen gibt es eine Besonderheit. Ganz gleich, ob eine Aufgabe taxonomisch niedrig und einfach ist. Dieses hier ist eine Multiplikation auf Taxonomiestufe 3, also wird die Grundrechenart des Multiplizierens angewendet. Oder taxonomisch niedrig und schwer. Auch dieses hier ist eine Multiplikation auf Taxonomiestufe 3, aber eine ungleich schwierigere. In beiden Fällen ist es eindeutig, ob sie richtig gelöst wurde oder falsch. Richtig und falsch sind quasi binäre Umrechnungsprozesse. Es gibt nur diese beiden. Ebenso verhält es sich mit dem Gegensatzpaar vollständig und unvollständig. Das heißt, dass sie auf niedrigen Taxonomiestufen tatsächlich ohne explizite Kriterien bepunkten können, so wie es diese Tabellen und Skalen hier tun. Sind von 50 Aufgaben 40 richtig, könnte es 40 Punkte geben. Und dann lesen sie anhand ihrer Skala die Note ab. Auf den höheren Taxonomiestufen sind richtig und falsch, beziehungsweise vollständig und unvollständig, keine hilfreichen Kriterien mehr. Sie sind zu schlicht. Dort geht es um Angemessenheit, um Begründetheit, vielleicht auch um Kreativität oder um Innovation. All dies können Sie mit einfachen Punkten nicht erfassen. Daher gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel. Konkrete, qualitative Kriterien für unser Learning Outcome und die Prüfung dazu könnten zum Beispiel sein, das Sicherheitskonzept enthält eine Schutzzieldefinition, eine Bedrohungsanalyse, beschreibt verschiedene Sicherungsmaßnahmen inklusive Konzept zur Umsetzung und Kontrolle der Maßnahmen. Die Begriffe, die Sie hier sehen, sind konkret und fachbezogen. Sie leiten sich aus dem Learning Outcome ab und sind als Fachtermini angefüllt mit Wissen. Natürlich müsste man jetzt noch unterscheiden, wie auf den verschiedenen Notenstufen die Schutzzieldefinition aussieht, die Bedrohungsanalyse und die Sicherungsmaßnahmen. Es wird Möglichkeiten geben, das besonders gut zu tun oder eben so, dass man so gerade eben noch besteht. Da unser Learning Outcome aber noch mehr einfordert, braucht es die Womits in den Kriterien. Architektur, Recht und Psychologie. Jetzt folgt als nächster Schritt die Beschreibung der unterschiedlichen Leistungsniveaus. Idealerweise formulieren Sie eine eigene Musterlösung, schreiben also in unserem Fall ein Sicherheitskonzept für ein Gebäude, das genau so ist, wie Sie als Expertin oder Experte es gern sehen möchten. Aber Ihre Studierenden sind ja noch nicht auf Ihrem Niveau. Prüfen Sie also, ob es eventuell ungerecht wäre, die Musterlösung als Maximalstandard zu fordern. Vielleicht gibt es das eine oder andere Element, von dem Sie wissen, dass Novizinnen und Novizen das noch nicht so lösen können wie Expertinnen und Experten. Es könnte also sein, dass Sie zusätzlich zur Musterlösung noch einen Maximalstandard formulieren, der etwas weniger anspruchsvoll ist. Hier spielt Ihre Erfahrung mit den Studierenden eine große Rolle. Was fällt Ihnen erwartungsgemäß besonders schwer? Wo müssen novizige Antworten akzeptiert werden, weil expertigere Lösungen schlichtweg erst in höheren Semestern möglich sein werden? Im nächsten Schritt definieren Sie, wie eine durchschnittliche Leistung aussieht und was der Mindeststandard ist. Mit welchen Leistungen bekommen Studierende bei Ihnen so gerade noch die Note 4? Für diese Frage ist ein Blick auf die Logik der Taxonomiestufen noch mal wichtig. Wir hatten im Video zu den Prüfungsaufgaben gesagt, dass Sie auf einer Taxonomiestufe prüfen sollen, nicht auf mehreren. Schließlich soll ja die Note eine Aussage machen können über eine bestimmte Handlungskompetenz. Und dafür muss diese Handlung gezeigt werden. Unser Learning Outcome auf Taxonomiestufe 5 erfordert also, dass die Studierenden auf Taxonomiestufe 5 handeln. Wer das nicht tut, wer also eine Leistung auf den niedrigeren Stufen erbringt, hat ein ganz anderes Handeln gezeigt als das Gefragte. Somit ist keine Aussage über die Leistungsfähigkeit auf Stufe 5 möglich, auch wenn die Leistung auf einer der niedrigeren Stufen eventuell wirklich gut ist. Das bedeutet, jedes Handeln auf Taxonomiestufe 5 kann prinzipiell zum Bestehen führen. Daher braucht es eine Differenzierung der Handlungsqualitäten innerhalb der Taxonomiestufe 5. Und das könnte so aussehen wie hier. Wer auf Stufe 5 zu viele Dinge, die Sie in den Kriterien als relevant festgelegt haben, nicht berücksichtigt, besteht die Prüfung nicht, obwohl er auf Taxonomiestufe 5 gehandelt hat. Wer auf dem Niveau des Mindeststandards handelt, besteht und wird wahrscheinlich eine Note wie die 4 bekommen. Und auch der Regelstandard und der Maximalstandard können auf diese Art und Weise beschrieben werden. Wer eine Lösung auf Taxonomiestufe 6 abgibt, hat eigentlich auch nicht im Sinne des Learning Outcomes gehandelt. In einem solchen Fall, der eher selten vorkommen dürfte, müssen Sie sich die Arbeit anschauen und dann entscheiden. Aus den Kriterien, die Sie auf diese Art und Weise auf die Leistungsniveaus verteilen, können Sie nun entweder ein Niveaustufenmodell oder ein Kriterienraster erstellen. Wie das funktioniert, schauen wir uns im Kurs gemeinsam an. Und nun viel Erfolg mit den Arbeitsblättern und den Diskussionen. Ich freue mich auf Ihre Fragen und Ideen.